Hallo miteinander, hier ist Peter Schubert von der Firma Isabella K., Ihrem überregionalen Einrichter und Ihrem überregionalen D-DON-Fachhändler. Ich stehe heute in einem sehr, sehr schönen D-DON-Empres und Embarque-Semple. Empres kennen viele von Ihnen schon. Diese Sessel-Design von Sebastian Hackner gibt es ja, wie hier zu sehen, als Wingchair, den Vierfuß-Sessel, hier zu sehen, als Rockingchair mit Schautekufen und auch mit niedriger Lehne als Loungechair. Neu für 2020, ebenfalls von Sebastian Hackner Design, das Embarque-Sofa. Sie sehen es hier als sogenannten High-Backrest-Dreiseater, also mit hohen Rücken und es passt natürlich zu diesen Embarque-Sesseln wunderschön dazu. Insgesamt vom Embarque-Modell-Programm gibt es neun verschiedene Elemente, also auch Sofas mit niedrigerer Rückenhöhe oder aber Anstellsofa mit sogenannten Loungechair. Somit haben Sie alle Möglichkeiten, 2020 Ihre Embarque- und Embarque-Outdoor-Kombination zusammenzustellen und wie immer freuen wir uns natürlich über Ihr Feedback. Ich sage vielen Dank und Tschüss!